Also Jörg, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, ihr habt uns nochmal durch die Hölle geschickt. Für dich auch die Hölle von außen? Ja, mit Sicherheit ein unglaublich schweres Spiel als Coach, wenn so viele Dinge gegen dich laufen. Beginnend mit der roten Karte für Luki beim 7 Meter, Peter, der sich verletzt und dann nicht mehr mitspielen kann. Knese, der gestern nicht trainieren konnte, weil er eigentlich krank war im Hals und auf der Brust. Und, 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 Torwart bei denen hält, unsere Torhüter kommen ganz, ganz schwer ins Spiel. Da ist unglaublich viel gegen uns gelaufen heute und natürlich der Kopf, junge Leute mit dem großen Chance, mit dem großen Wunsch. Und dann war das ein unglaublich schweres Spiel für die Spieler. Und wir haben auf der Bank danach gesucht, wie wir sie unterstützen können, wie wir ihnen helfen können. Und haben alles möglich versucht, haben drei verschiedene Abwehrsysteme gedeckt, haben den siebten Feldspieler eingesetzt. Und haben nach dem Helden gesucht. Und der Sport, der geilste Sport der Welt, hat dann die Geschichte geschrieben, dass Tim mit seinem letzten Wurf in seiner Karriere zum Helden werden konnte. Und das kann man sich nicht ausdenken. Was war denn dieser Funken, der euch angezündet hat? War es diese Wand, die 20 Minuten vor Ende gestanden ist und nicht mehr hinsetzen wollte? Die Jungs haben gefeitet ohne Ende. Und diese Kulisse ermöglicht es dir als Sportler einfach nicht irgendwo übers Aufgeben nachzudenken. Du musst weitermachen, du musst weiter Gas geben. Und dann haben wir das letzte Timeout, das ist nicht unser Timeout, das ist das Timeout von Wilhelmshaven. Und wir schauen auf die Uhr und ich sage zu den Jungs, Männer, vier Minuten. Und die müssen wir plus zwei spielen. Wir haben das trainiert. Wir können das. Wir schaffen das. Und kriegen dann aber trotzdem nochmal ein Tor, obwohl Leon dann eigentlich im Spiel ist und hält. Und brauchen dann, glaube ich, drei Tore in 90 Sekunden. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Das haben wir alle gesehen. Und das ist natürlich dann am Ende auch glücklich. Deswegen bin ich da auch so empathisch mit meinem Trainerkollegen mitzuleiden, weil sie natürlich ein wahnsinns Spiel gemacht haben. Hier die erste Mannschaft überhaupt, die einzige Mannschaft in dieser Saison, die in Konstanz ein Spiel gewinnen kann. Oder überhaupt nicht mal jemand unentschieden gespielt hier. Also es ist wirklich eine fantastische Leistung von Wilhelmshaven. Und trotzdem über beide Spiele hinweg mit diesem Fight, mit den Lösungen, die wir dann aber auch finden, defensiv, offensiv und mit der gesamten Saisonleistung, überhaupt nur drei Spiele zu verlieren in einer ganzen Saison, ist der Aufstieg für die Jungs mehr als verdient. Und ich bin brutal stolz auf jeden Einzelnen. Jetzt lass uns kurz in deinen Kopf blicken. Was geht da in deinem Trainer vor? Ich oben bin fast umgekippt. Und man kann nichts tun, man muss da zuschauen. Wie ist es für dich dann draußen? Eben diesen Moment, Tim tritt an den Punkt und dann zappelt das Ding im Netz. Ach so, in diesem einen Moment, ja, kannst du dir ein Video anschauen. Ich stehe da, ball die Fäuste, dreh mich zu Tim, schicke ihm meine ganze Liebe und sag, Tim, ich liebe dich, du schaffst das. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige. Das haben bestimmt viele gemacht hier in der Halle. Und er hat selber gerade zu mir gesagt, er hat kein einziges Mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn er den nicht trifft. Er hat nur, er hat gewusst, wie viel Arbeit er in den letzten sechs, sieben Jahren mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft investiert hat. Und für ihn war das klar, dass diese Arbeit jetzt kumuliert in dem, in dem sieben Meter. Und er hat ihn fantastisch geworfen. Er hat alle sieben Meter fantastisch geworfen. Er war der Leader heute, wie über die gesamte Saison hinweg. Ein fantastischer Kapitän, wie man ihn sich nur wünschen kann. Und mit diesem Wurf die Karriere zu beenden, ist eine wundervolle Sportgeschichte. Und das gönnt ihm jeder von uns. Punkt. Und stolzer als du könnte, glaube ich, ein Trainer auf seine Mannschaft nicht sein. Heute kein gutes Spiel mit sieben Toren hinten. Die Zeit verrinnt, eigentlich nicht mehr viel da. Und dann so ein Wunder, so ein Comeback mal wieder. muss man sagen. Aber das ist Team. Und das ist auch der Umgang, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe im Saisonverlauf. Das sind Menschen, das sind junge Menschen. Und natürlich spielen die mit ihren Emotionen und mit dem Kopf und denken nach. Und wir versuchen, sie darauf vorzubereiten. Und trotzdem waren sie dann heute über lange Strecken im Spiel, oft nicht im Moment. Und haben den Ball nicht erreicht oder den Ball an den Pfosten geworfen, wenn das Tor leer war oder, oder, oder. Und es ist nachvollziehbar. Und wir machen uns keine Vorwürfe, wenn etwas nicht klappt in dieser Mannschaft, sondern stärken uns den Rücken, suchen nach den Lösungen, suchen nach den Sportlern, die an dem einen Tag dann eben in die Mitte kommen und die entscheidenden Aktionen setzen. Heute war das Tim über die gesamte Spielzeit. Heute war das Joel, der wahnsinnig ausmacht. Jonas Hartlich, der, ich weiß nicht wie viele Spieler aus der zweiten Mannschaft, der uns im entscheidenden Spiel nochmal ein paar gute Eins gegen Eins bringt, Lücken reißt, Tore macht, sieben Meter rausholt. Leon zum Schluss, der dann anfängt, Bälle zu halten. Und an einem anderen Tag waren es andere. Und am Tag davor waren es wieder andere. Und das ist Teamsport. Und da gibt es in dieser Mannschaft, gab es in dieser Mannschaft, sie ist ja leider jetzt am Ende ihrer Reise angekommen, gab es keine großen Fragezeichen, sondern wir haben darauf vertraut, dass jeder alles gibt. Und dass das jeden Tag, jeden Spieltag, ein anderer sein wird, der die Kohlen aus dem Feuer holt. Und heute war es extrem knapp, aber heute war es auch wieder so. Und deswegen ganz großen virtuellen Hut gezogen vor dieser Gruppe. Es war eine hervorragende Mannschaft in dieser Saison. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet, mit ihnen zu arbeiten. Und ich werde noch lange daran zurückdenken. Jetzt steht es auf deinem Shirt, zweite Hand bei der Bundesliga. Wie klingt das? Es klingt, als hätten wir unser Ziel erreicht. Und was das für uns bedeutet und wie wir das angehen, darüber machen wir uns heute Abend noch keine Gedanken.